Ein finsteres Geheimnis. Viele Jahrhunderte lang vergessen. Tief verborgen in einem römischen Abwasserkanal in Ascalon. Bis Archäologen Beweise ans Licht bringen. Hunderte von menschlichen Knochen. Überreste von neugeborenen Kindern. Wissenschaftler nutzen modernste Untersuchungsverfahren, um das Rätsel zu lösen. Ihre genauen Analysen enthüllen verblüffende Details. Das mysteriöse Sterben der Babys von Ascalon wirft neues Licht auf eine längst vergangene Kultur. Ascalon. An der Mittelmeerküste Israels. Über Jahrtausende ein strategisch wichtiger Hafen. Wer das antike Ascalon beherrschte, kontrollierte den Zugang zum Mittleren Osten. Philister, Phönizier, Perser und die Römer, sie alle prägten Ascalon und hinterließen Zeugnisse ihrer Kultur. Im Altertum war Ascalon eine blühende Handelsmetropole. Schiffe verließen den Hafen, beladen mit Wein, Olivenöl, Getreide, Datteln und Gewürzen. Segler brachten Waren aus aller Herren Länder für die reichen Bürger der stolzen Stadt. Das antike Ascalon, zu jener Zeit ein Schmelztiegel der Kulturen. Seit mehr als 15 Jahren suchen Archäologen der Harvard-Universität dort nach Spuren alter Kulturen. Ross Voss stieß beim Freilegen eines römischen Badehauses auf den bislang spektakulärsten Fund. Wir machten Probegrabungen unterhalb des Abwasserkanals hier hinter mir. Als wir am Grunde anlangten, fanden wir eine Menge Knochen, Muscheln und Tonscherben. Eine der Frauen hatte Dutzende von Hühnerknochen freigelegt. Ich sah mir die Knochen genauer an. Ich war mir nicht sicher, ob sie tatsächlich von Hühnern stammen. Wir zogen unsere Expertin Paula Wapnish hinzu. Plötzlich zog sie eine der Rippen hervor und sagte ganz entsetzt, das sind keine Hühner, das sind Babys. Die Knochen von mehr als 100 Säuglingen werden entdeckt. Der größte Einzelfund menschlicher Überreste aus der Antike. Das Harvard-Team gräbt an der gleichen Stelle Münzen, Schmuck und Töpferwaren aus. So wird klar, wann die Kinder starben. Mitte des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Eine Zeit, in der die Römer über Ascalon herrschten. Fundstücke aus römischer Zeit, keine Seltenheit im Mittelmeerraum. Babyknochen in dieser Häufung hingegen eine Sensation. Nun muss das nähere Umfeld erforscht werden. In einem Grabungssektor 20 Meter oberhalb des Meeresspiegels legen die Archäologen Mauern frei, die sich schnell zuordnen lassen. Mehrere kleine Räume, Dampfbecken und die typischen Bodenmosaike, das Badehaus. Als sie die nächste Schicht untersuchen, kommt die Kanalisation aus römischer Zeit zutage. Zu meiner linken war der große unterirdische Abwasserkanal. Der Erstrichtung Norden verläuft, dann einen scharfen Knick macht und hier vor mir weitergeht. Auf dem Grund des Kanals ist die Rinne, in der wir die Knochen der Babys gefunden haben. Römische Badehäuser dienten in erster Linie dem Freizeitvergnügen. In üppig ausgestatteten Räumen traf man sich zum geselligen Austausch. Ballspiele, Gymnastik und Sonnenbaden gehörten ebenso dazu wie gute Weine. Und Speisen. Neben dem großen öffentlichen Bad fanden zahlreiche kleinere Thermen Regenzulauf. Bewohner und Besucher Ascalons schätzten die Vergnügungen römischer Badehäuser. Im dritten Jahrhundert erlebte die Hafenstadt einen großen Aufschwung. Der Handel blühte. Die Bewohner Ascalons begannen, ihr Handelsgebiet über den gesamten Mittelmeerraum auszudehnen. Professor Lawrence Dager kennt die Geschichte der Stadt genau. Ascalon war ein geschäftiger Seehafen. Menschen der verschiedensten Kulturen besuchten die Stadt oder lebten dort. Menschen, die ihren eigenen Glauben aus dem hellenistischen oder römischen Raum mitgebracht hatten. Es gab kleine jüdische Gemeinden und auch frühe Christen. Seeleute und Händler kamen und gingen. Ascalon war eine hochentwickelte Stadt, denn Rom hatte großes Interesse, den großen Seehafen auszubauen. Für viele Jahrhunderte blieb Ascalon das Tor zum Mittleren Osten. Mächtige Mauern schützten die pulsierende Stadt. Meterdicke Wallanlagen dienten als Bollwerk gegen mögliche Angreifer. Von hohen Wehrtürmen aus ließen sich Meer und Hinterland überblicken. Selbst einer Belagerung hielten die 15.000 Einwohner Ascalons mühelos stand. Eine Stadt mit imposanter Architektur, geschaffen nach dem Vorbild der Hauptstadt. Auch in der Ferne sollte der Glanz Roms strahlen. Prächtige Gebäude, Paläste, Theater und Tempel wurden errichtet. Ein großes Forum mit imposanten Säulengängen erstreckte sich quer durch das gesamte Zentrum. Die reichen Bürger der Stadt lebten in prunkvoll ausgestatteten Villen, hoch auf den Hügeln. Die ärmeren Viertel lagen unterhalb. Inmitten der einfachen Gebäude befand sich auch das Badehaus. Ein Ort der Geselligkeit für Menschen aus allen Schichten. Für Sklaven und Freie, für Einheimische und Fremde. Dort hafen sich die Menschen nicht nur, um zu baden. Die Gäste saßen gesellig beieinander, tranken Wein und genossen die vielseitigen Speisen. Und setzten ihre Münzen bei verschiedensten Glücksspielen ein. Im Römischen Reich legte man Wert auf die Einrichtung von Badehäusern. Sie galten als Ort gepflegter Zusammenkunft und als Symbol römischer Werte. Neben den großen öffentlichen Bädern gab es auch kleinere, private Etablissements. Dort trafen sich Männer und Frauen nicht nur zum gemeinsamen Baden. Der Besuch der Therme konnte auch mit ganz anderen Interessen verknüpft werden. Männer verabredeten sich mit ihren Geliebten. Oder sie suchten im zwanglosen Ambiente des Badehauses Prostituierte auf. Auch das in Ascalon entdeckte Badehaus könnte ein solcher Ort gewesen sein. Haben in dem Gebäude Frauen gelebt, die der Prostitution nachgingen? Worin aber besteht der Zusammenhang zwischen dem Badehaus und den toten Babys? Die Archäologen stehen vor einem Rätsel. Ein internationales Experten-Team sucht nach Indizien, die Antworten geben sollen auf alle Fragen, die der grausige Fund aufwirft. Das ist eine einzigartige Entdeckung. Archäologen suchen immer nach Neuem, nach Dingen, die noch unbekannt sind. Wir wollen Geheimnisse lüften und dieser Fund ist eines. Warum hat man die Babys wie Abfall in den Kanal geworfen? Warum hat man sie nicht auf einem Friedhof begraben? Gab es vielleicht eine Epidemie in der Stadt, wie die Pest, sodass die Leichen schnell entsorgt werden mussten? Die Knochen der Säuglinge bringen die Forscher nach Jerusalem. Ross Foss und sein Team brauchen jetzt klare Anhaltspunkte. Im Labor der Hebräischen Universität beginnen zwei Wissenschaftlerinnen mit der Analyse. Sie haben weitreichende Erfahrungen mit der Untersuchung von Skelettteilen, auch bei Material, das mehrere tausend Jahre alt ist. Patricia Smith will herausfinden, wie und woran die Kinder gestorben sind. Dafür vergleicht sie die Knochenteile zunächst mit anderen antiken Babyknochen. Schon die Anzahl der gefundenen Stücke ermöglicht ihr, erste Schlüsse zu ziehen. Interessant ist, dass diese Säuglinge unmittelbar nach ihrem Tod begraben wurden. Alle Teile der Skelette sind noch vorhanden, selbst die sehr kleinen Knochen. Für Überreste von Babys, die nach mehr als 2000 Jahren gefunden werden, ist das äußerst ungewöhnlich. Es liegt nahe, dass sie kurz nach ihrem Tod im Kanal bestattet wurden, als die Weichteile noch vorhanden waren. Dies war ihre erste und letzte Ruhestätte. Nun will Professor Smith herausfinden, ob die Babys von Ascalon an einer Seuche gestorben sind. Ein Anhaltspunkt ist die Oberfläche der Knochen. Bei Krankheiten und Infektionen reagiert der Körper mit unregelmäßigem Knochenwachstum. Bei diesem Oberarmknochen aus Ascalon sieht man, dass seine Oberfläche relativ glatt ist. Für die Wissenschaftlerin steht bald fest, die Kinder von Ascalon waren gesund. Warum also mussten sie sterben? Um weitere Indizien zu bekommen, untersucht sie die Zähne der Babys. So lässt sich das exakte Alter bestimmen. Der Fall war für mich klar, als ich mir die Entwicklung der Zahnkeime anschaute. Hier ist der Zahnkeim eines Säuglings von Ascalon. Weniger als die Hälfte der Zahnkrone ist ausgebildet. Vergleichen wir ihn mit dem eines Säuglings einer anderen Grabungsstätte, der bei seinem Tod wesentlich älter war, stellen wir einen großen Unterschied fest. Ein kompliziertes Verfahren hilft bei der Altersbestimmung. Dabei sind modernste gerichtsmedizinische Techniken notwendig, um Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, der Querschnitt der Zahnknospen muss stark vergrößert werden. Nach der Geburt wird 24 Stunden lang kein Zahnschmelz gebildet. Danach setzt die Zahnschmelzbildung wieder gleichmäßig ein. Ganz anders bei den Babys von Ascalon. Bei den Zähnen der Ascalon-Kinder gab es nur diese eine Linie. Keine der oberen Wachstumslinien existiert. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie mehr als ein paar Tage überlebt haben. Alle Säuglinge von Ascalon starben kurz nach ihrer Geburt. Für Professor Smith ein unfehlbarer Beweis. Es ist absolut ausgeschlossen, dass eins dieser Babys auch nur eine Woche alt geworden ist. Ein eindeutiger Beweis dafür, dass sie vorsätzlich getötet und beseitigt wurden. Nur wenige Stunden nach der Geburt brachten die Frauen aus Ascalon ihre Babys fort. Noch sind ihnen die Neugeborenen nicht vertraut. Noch können sie sie aus ihrem Leben entfernen. Sie steigen die Treppen hinunter in die Kanalisation und bringen ihre Kinder dorthin, wo schon andere Frauen vor ihnen waren. Zur Abflussrinne unterhalb des Badehauses. In der Dunkelheit der Katakomben beobachtet niemand, was mit den Kindern geschieht. Über 100 Kinder werden dort getötet oder bleiben lebend zurück, ihrem Schicksal überlassen. Der Ascalon-Fund birgt die bislang eindeutigsten forensischen Beweise. Damit kann die antike Praxis der Kindstötung als Form der Geburtenkontrolle endlich belegt werden. Damals trafen die Menschen grausame Entscheidungen. Kranke oder schwache Kinder wurden ausgesetzt. Für die Frauen des Römischen Reiches ging es meist um das Leben ihrer älteren Kinder oder um die Sicherung der eigenen Existenz. Die hochentwickelte Kultur der Römer betrachtete Neugeborene nicht als vollwertige Menschen. Frauen töteten ihre ungewollten Kinder ohne bestraft zu werden. Vor dem Gesetz waren sie unschuldig. Für heutige Verhältnisse unvorstellbar. Kinderliebe nach heutigem Verständnis hat eine lange Entwicklung hinter sich. Sie basiert auf den Wertvorstellungen des Christentums und auf den Errungenschaften der modernen Medizin. Dr. Eleanor Scott ergründet das Verhältnis der Römer zu ihren Kindern. Die Unterschiede zur heutigen Kultur beginnen bereits in der Schwangerschaft. Wir verleihen dem Baby bereits im Mutterleib eine Identität. Schon am ersten Tag nach dem Ausbleiben ihrer Regel kann eine Frau feststellen, ob sie schwanger ist. Und auch die Ultraschallbilder während der Schwangerschaft lassen die Frauen eine fast romantische Liebe zu ihrem ungeborenen Kind entwickeln. Denn sie kann davon ausgehen, dass es überleben wird. Für eine römische Frau war das anders. Eine Sicherheit gab es für sie nicht. Erst am Tag der Geburt konnte sie feststellen, ob sie ein gesundes oder ein krankes Kind zur Welt gebracht hatte. Doch auch die Zeit nach der Entbindung barg viele Gefahren. Seuchen oder Infektionen bedrohten das Leben von Mutter und Kind. In Notzeiten verhungerten ganze Familien. Eine Frau, die frühzeitig starke Gefühle in ein Kind investierte, riskierte viel. Anstatt ihr Kind selbst zu töten, konnte es die Mutter aussetzen. Sie trug es fort und ließ es allein zurück. Nun mussten die Götter über das Leben des Neugeborenen entscheiden. Wurde es rechtzeitig gefunden, konnte es bei Fremden aufwachsen. Wenn nicht, drohte ihm der sichere Tod. Hilflos war es wilden Tieren, Hunger und Kälte ausgeliefert. Allein das Schicksal entschied. Anders in Ascalon. In der Dunkelheit des Abwasserkanals, tief unter der Erde, konnten auch die Götter keine glückliche Wendung herbeiführen. Die vorliegenden Ergebnisse aus Ascalon sind eindeutig. Die Neugeborenen wurden ermordet. Als man sie in den Kanal warf, war ihr Ende beschlossene Sache. Niemand würde kommen und sie retten. Im nächsten Schritt der Untersuchungen versuchten die Wissenschaftler, das Geschlecht der getöteten Babys zu bestimmen. Eine seit langem bestehende Theorie besagt, dass es oftmals eine Frage des Geschlechts ist, ob ein Kind leben darf oder ob ihm der Tod bestimmt ist. Üblicherweise sind Mädchen die Opfer von Kindstötungen. Das wissen wir aus antiken Überlieferungen. Aber auch moderne ethnologische Studien stützen diese Theorie. Das weibliche Geschlecht ist im Allgemeinen stärker vom Infantizid bedroht. Auch bei den Römern galten Mädchen weniger als Jungen. Männliche Erben waren erwünscht, weiblicher Nachwuchs galt als Belastung. Archäologen können sich auf nur wenige konkrete Beweise stützen, die diese Theorie untermauern. Einer von ihnen, ein Brief. Geschrieben im Jahr 1 vor Christi Geburt. Von einem Mann namens Hilarion. Er schreibt an seine schwangere Frau Alice. Hilarion ist weit weg von zu Hause auf Geschäftsreise. Er weiß, dass er nicht rechtzeitig zurück sein wird. Alice wird bei der Geburt alleine sein. Sie wird das Kind ohne seinen Beistand zur Welt bringen. In seinem Brief erklärte er Alice unmissverständlich, was sie zu tun hat. Ich sende dir die wärmsten Grüße. Wir sind immer noch in Alexandria. Sorge dich nicht, wenn die anderen ohne mich zurückkehren. Ich bitte dich, ich flehe dich an, sorge für unser kleines Kind. Sobald wir unseren Lohn erhalten, schicke ich dir Geld. Ich wünsche dir viel Glück, falls unser Kind vor meiner Rückkehr zur Welt kommt. Ist es ein Junge, lass es leben. Ist es ein Mädchen, setze es aus. Der Brief des Hilarion ist unter Experten umstritten. Er gilt als ungenügender Beweis. Haben die Römer tatsächlich bevorzugt ihre Töchter getötet? Es ist nur ein Brief. Von einem einzigen Mann. Vielleicht lebte die Familie zu diesem Zeitpunkt unter schwierigen Verhältnissen. Vielleicht waren sie sehr arm und konnten sich keine weitere Tochter leisten, weil sie vielleicht schon Töchter hatten. Auf diesem einzigen Brief eine ganze Theorie aufzubauen, dieses große Bild einer Massentötung von ungewollten weiblichen Babys, das erscheint mir doch sehr gefährlich. Es gibt keine eindeutigen archäologischen oder historischen Anhaltspunkte, die beweisen könnten, dass sich Kindstötung auf Mädchen beschränkte. Auch bei diesem Problem könnte der Fall Ascalon neue Erkenntnisse bringen. Nun steht den Wissenschaftlern erstmals forensisches Material in einer Menge zur Verfügung, die konkrete Resultate bringen kann. Moderne DNS-Analysen aus den Knochen der toten Kinder sollen die bislang sehr umstrittene Theorie stützen oder infrage stellen. Die Möglichkeit der DNS-Analyse, eine Revolution selbst für die Archäologie. Endlich können auch Geheimnisse von Menschen erforscht werden, die vor vielen tausend Jahren gestorben sind. Manche unter ungeklärten Umständen. Doch die Untersuchung der alten Proben erweist sich als ausgesprochen schwierig. Dr. Andrew Merriweather ist einer der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet. Man weiß nie im Voraus, ob ein Knochen noch DNS enthält. Selbst wenn sie isoliert werden kann, ist sie oft bruchstückhaft. Möglicherweise beantwortet sie nur einen kleinen Teil der Fragen, die man sich stellt. Jedes Individuum, ob tot oder lebendig, trägt eine einmalige DNS in sich. Sie bestimmt jede einzelne Zelle in uns und damit Geschlecht, Aussehen, selbst die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten. Jeder Zellkern enthält Chromosomen. Darin finden sich zwei ineinander verschlungene Molekülketten, die sogenannte DNS. Die Moleküle unterteilen sich in einzelne Sequenzen, die Gene. Dort sind alle Informationen gespeichert, die das Individuum bestimmen. Der Bauplan eines jeden Menschen. Nach dem Tod werden große Teile der DNS vernichtet. In Knochen und Zähnen bleiben jedoch Reste. Lange Zeit konnten Wissenschaftler keine verwertbaren Informationen gewinnen. Erst vor kurzem gelang der Durchbruch. Seither ist es möglich, das Geschlecht festzulegen. Normalerweise betrachtet man die Form des Beckens oder des Kiefers, wenn man herausfinden will, ob ein Skelett männlich oder weiblich ist. Doch diese Körperteile formen sich erst in der Pubertät unterschiedlich aus. Bei Säuglingen kann man das Geschlecht nicht anhand des Skeletts erkennen. Die DNS hingegen unterscheidet sich schon bei der Geburt. Aus 23 Chromosomenpaaren setzt sich die menschliche DNS zusammen. Unser Geschlecht wird vom 23. bestimmt. Besteht das Paar aus einem X und einem kleineren Y, ist die Person männlich. Liegen zwei große X-Chromosomen nebeneinander, ist es ein weibliches Individuum. Die Ergebnisse einer DNS-Analyse sind definitiv. In Jerusalem nutzt das Experten-Team der Hebräischen Universität die neuen Möglichkeiten und untersucht die DNS der Babys aus Ascalon. Waren die Opfer der Kindstötungen tatsächlich ungewollte Mädchen? Die neuen Methoden versprechen zumindest in dieser Frage fundierte Hinweise. Zunächst werden die Knochen für die Analyse vorbereitet. Dr. Marina Ferman nimmt Proben aus jedem der 100 Skelette. Die gesamte Untersuchung erweist sich als problematisch. Nur in bestimmten Bereichen könnten Reste von DNS zu finden sein. Die Forscherin zeigt gedämpften Optimismus. Mit alter DNS zu arbeiten, ist weitaus schwieriger als mit neuer. Neue DNS bringt einem immer Erkenntnisse. Manchmal sind das nicht die gewünschten Ergebnisse, aber man bekommt zumindest welche. Bei alter DNS ist man nie sicher, ob es überhaupt Resultate gibt. Die Knochen der Babys von Ascalon haben 2000 Jahre im Boden gelegen. Sie waren der Feuchtigkeit des Abwasserkanals ausgesetzt und könnten durch die warmen Temperaturen nach der Freilegung zerstört worden sein. Keine besonders guten Voraussetzungen also. Dr. Ferman untersucht daher Material aus dem Inneren der Knochen. Die Wahrscheinlichkeit einer Verunreinigung ist so geringer. Kontamination mit neuer DNS ist das größte Problem in der molekularen Archäologie. Die neue DNS von mir oder meinen Mitarbeitern ist in viel besserem Zustand als das alte Material aus Knochen oder Zähnen. Eine winzige Menge reicht aus, um die Proben zu verunreinigen und das Resultat zu verfälschen. Mundschutz und Handschuhe sollen verhindern, dass es dazu kommt. Die Luft im Labor wird ständig gefiltert. Eine einzige Berührung kann das alte Material verunreinigen und damit eine exakte Analyse zunichte machen. Das Pulver der Ascalon-Knochen wird zunächst gesäubert, dann zentrifugiert, erwärmt und schließlich auf Eis gelegt. Nachdem die Verunreinigungen entfernt sind, erhalten die Forscher die reine DNS. Nun folgt die Vervielfältigung des Materials. Ein schwieriger Prozess. Die Fragmente der alten DNS werden immer wieder verdoppelt, bis es gelingt, eine Menge zu erhalten, die getestet werden kann. Die Endphase der Untersuchung. In der Elektrophorese wird die DNS in ein lesbares Ergebnis übersetzt. Die blau eingefärbten DNS-Proben werden auf ein Gel aufgetragen. In diesem Gerät werden die Fragmente in ein elektrisches Feld gestellt. Unter ultraviolettem Licht werden erste Ergebnisse sichtbar. Nun kontrolliert Dr. Fährmann die einzelnen Bahnen der Proben. Sie erkennt, ob die jeweilige DNS männlich oder weiblich ist. Auf der linken Seite eine längere Bahn, die Kontrollprobe mit neuer DNS. Daneben zwei Streifen des alten Materials. Beide sind männlich. Andere Proben, die auf Fotos dokumentiert wurden, zeigen ähnliche Ergebnisse. Die Bahnen 10 bis 14 stammen vom Material aus Ascalon. Auch in diesen Fällen ergeben sich klare Resultate. Die Wissenschaftler entschlüsseln das Geschlecht weiterer fünf Babys. Alle waren männlich. 43 Babyknochen konnten in die Untersuchung mit einbezogen werden. Bei 19 von ihnen ließ sich brauchbare DNS gewinnen. Das endgültige Ergebnis verblüfft alle Beteiligten. Von 19 Individuen stellen sich fünf als weiblich, 14 jedoch als männlich heraus. Um das Ergebnis abzusichern, muss Verunreinigung durch das Team ausgeschlossen werden. Die Expertin führt eine aufwändige Kontrolluntersuchung durch. Dr. Fairman analysiert die DNS aller an den Ausgrabungen beteiligten Personen. Von ihnen findet sie keine genetischen Spuren. Die Ergebnisse sind also gültig. Der Probenumfang ist klein, doch die Proben weisen eindeutig darauf hin, dass eine Auswahl getroffen wurde. Jungen wurden bevorzugt getötet. Das Rätsel um die getöteten Babys von Ascalon nimmt eine überraschende Wendung. Das Unerwartete ist eingetreten. Die Römer töteten offenbar auch ihre Söhne. Unter Umständen sogar häufiger als ihre Töchter. In bestimmten Situationen scheinen Mädchen also nützlicher gewesen zu sein. Um die Beweggründe der Frauen von Ascalon genauer zu erforschen, konzentrieren sich die Wissenschaftler auf eine andere Spur, das Badehaus. Die mögliche Nutzung des Gebäudes als Bordell bekommt plötzlich eine wichtige Bedeutung. Die Archäologen suchen fieberhaft nach weiteren Hinweisen. Die Grabungsstelle wird erneut untersucht. Mit Erfolg. Eine Inschrift in griechischer Sprache wird freigelegt. Tritt ein und genieße. Als das Team auf Töpferware mit erotischen Motiven stößt, erhärtet sich die Theorie. Das Badehaus wurde vielleicht auch als Bordell genutzt. Der Archäologe Ross Voss sucht eine schlüssige Erklärung. Vielleicht sind die Kortisanen des Badehauses der Prostitution nachgegangen. Sie wurden regelmäßig schwanger und mussten ihre Babys sofort nach der Geburt beseitigen. Abtreibung war zu gefährlich. Sicherer war es, das Leben der Neugeborenen direkt nach der Geburt zu beenden. Das heißt, Prostituierte ließen ihre ungewünschten Kinder verschwinden, trafen zuvor jedoch eine Auswahl. Für Jungen gab es keinen Platz im Leben der Kortisanen. Männliche Babys wurden kurzerhand in den Abwasserkanal neben dem Bordell geworfen. Ihre Töchter aber zogen die Frauen im Umfeld des Badehauses auf. Ein Leben als Prostituierte war ihnen vorbestimmt. Töchter bildeten die nächste Generation von Huren und sicherten das Auskommen ihrer Mütter im Alter. Verlor eine Frau ihre Schönheit, so wurde sie für die Arbeit im Badehaus ungeeignet. Die Existenz einer Tochter aber konnte ihren Lebensunterhalt sichern. Prostitution basierte auf Sklaverei und Armut, eines der finstersten Kapitel des Römischen Reiches. Auch auf diesem Gebiet bringt der Ascalon-Fund neue Details. Pompeji im Süden Italiens. Ein Ort, an dem es zahllose Zeugnisse des Römischen Reiches gibt. Pompeji. Ein Name, der eng mit einer Tragödie verbunden ist. Ein Vulkanausbruch vor beinahe 2000 Jahren kostete viele Menschen das Leben. Vulkanische Asche begrub die ganze Stadt unter sich. Was für die Bewohner der antiken Stadt eine Katastrophe war, erweist sich für die Nachwelt als Segen. Zahllose Kunstgegenstände und Bauten blieben erhalten. Gemälde voller Sinnlichkeit, nackte Frauen und Männer und auch erotische Motive bedecken zahlreiche Räume. Bis heute ziehen vor allem die anzüglichen Wandreliefs und Gemälde Touristen aus aller Welt in ihren Bann. Sexualität war für die Römer kein Tabu. Eher etwas, auf das man stolz war, das man gerne zur Schau stellte. Noch heute findet sich in Pompeji eine Vielfalt an Gebäuden. Ganze Straßen sind so, wie damals, als noch die Römer dort lebten. In öffentlichen Gebäuden und privaten Villen finden sich gut erhaltene Kunstwerke. Sie zeugen von einer Kultur, in der Sinnlichkeit ein wichtiger Aspekt des Alltags war. Für Professor McGinn ist ein bestimmter Ort in Pompeji ganz besonders aufschlussreich. Die Überreste eines großen römischen Bordells, das sich über zwei Stockwerke erstreckte. Im Erdgeschoss gibt es fünf kleine Räume. Drei auf dieser Seite, zwei auf dieser. Die Latrine ganz hinten an der Wand. Oben befinden sich weitere fünf Räume. Die Beweise liegen auf der Hand. Wir sind sicher, dass dieses Gebäude als Bordell dient. Zunächst einmal gibt es in jeder Zelle ein Steinbett mit einem Steinkissen. Die Wände sind voll von erotischen Zeichnungen. Über 120 davon haben wir gezählt. Kunden hinterließen ihren Namen, wie dieser hier, Victor. Neben den Namen der Kunden und Prostituierten fanden wir weitere Hinweise. Die Preise für die verschiedenen Dienstleistungen, unterschiedliche sexuelle Dienste wurden angeboten. Und die Kunden schrieben an die Wände, wie zufrieden sie mit den Frauen waren. Experten glauben, dass alle römischen Freudenhäuser ähnlich aufgebaut waren. Kleine Kammern, in die man sich zurückziehen konnte, ausgestattet mit Steinbetten, Kissen und zahlreichen erotischen Gemälden, die die Wände schmückten. Über den Eingängen zu den einzelnen Räumen findet man ganze Szenen von Bildern. Auf den meisten sind Sexualakte zu sehen. Die Paare auf den Gemälden werden in einer luxuriösen Umgebung gezeigt. Ein krasser Gegensatz also zur wirklichen Ausstattung der Räume. Die waren gelinde gesagt spartanisch eingerichtet. Über die Steinbetten wurden dünne Matratzen geworfen. Stärker kann der Unterschied zwischen Realität und Kunst gar nicht sein. Den armen Kunden wurden so sexuelle Fantasien vorgegaukelt, die es so nicht geben würde. Die Bilder konnten ihn lediglich inspirieren. Die Gemälde und Inschriften des Bordells enthüllen jedoch viele Aspekte der Prostitution. Den Geschmack der Kunden ebenso wie die Preise, die zu entrichten waren. Mehrere Preise werden hier aufgeführt, am häufigsten aber zwei Asse. Ein Ass war eine billige Kupfermünze. Allein für eine Flasche billigen Wein mussten zwei Asse bezahlt werden. Gehobene Sexwellbedürfnisse wurden hier nicht befriedigt. Doch ein anderes Gebäude von Pompeji erscheint noch interessanter für den Fall Ascalon. Das Badehaus in der Vorstadt. Das ist der Umkleideraum des Badehauses. Hier zogen sich die Klienten aus und ließen ihre Kleider zurück, wenn sie baden gingen. An den Wänden erkennt man die Spuren der Schränke, in denen die Kleidungsstücke verstaut wurden. Darüber jeweils eine erotische Zeichnung. Eine Vielfalt an erotischen Darstellungen, wie schon bei den Dekorationen des Freudenhauses. Gibt es also eine Verbindung zwischen den Badehäusern und den Bordellen? Oder dienten die Zeichnungen lediglich dazu, dass sich die Gäste merken konnten, wo sie ihre Kleidung abgelegt hatten? Oder sollten sie die Menschen zum Lachen bringen? Denn viele der Sexszenen sind absolut übertrieben dargestellt. Wenn das Bad auch als Bordell diente, könnte es im oberen Stockwerk immer noch Spuren davon geben. Tatsächlich sind hier mehrere kleine Räume erhalten, in die sich die Prostituierten mit ihren Kunden zurückgezogen haben. Die eingebauten Steinbetten fehlen hier aber. Somit konnten wir keinen endgültigen Beweis erbringen, dass das Badehaus ein Bordell war. Die archäologischen Fakten also sind dünn. Die in Ascalon gefundenen Zeugnisse geben für die Wissenschaftler noch weniger hier. In anderen Bereichen waren den Forschern Beweise in die Hände gefallen, die ihnen ein lebendiges Bild der antiken Stadt vermitteten. Gebäude, Brunnen und Kanäle konnten rekonstruiert werden. Tonscherben und Schmuckstücke zeugten von der Kunstfertigkeit ihrer Bewohner. Doch im Fall der 100 getöteten Babys gibt es vorerst noch keine eindeutigen Belege. Als Archäologe denkt man natürlich über den Kontext des Fundes nach. Wenn es also ein Badehaus oberhalb der Abwasserrinne gab, in der die Babys, in der Mehrzahl Jungen, gefunden wurden, scheint es logisch, dass es ein Bordell war. Die weiblichen Babys wurden großgezogen, die männlichen beseitigt. Für die Kortisanen sicherten die Töchter ihren Lebensunterhalt. Wenn die Frauen zu alt wurden, mussten ihre Kinder die Arbeit tun und damit das Überleben der Familie sichern. Wie aber lässt sich die Theorie von Voss und Steger beweisen? Im Badehaus von Ascalon wurden keine Inschriften von Kunden oder Prostituierten sichergestellt. Keine Spur von Steinbetten und Kissen. Nicht einmal Mauern, die eine Einteilung in kleine Zimmer andeuten. Selbst Reste einer Treppe fehlen, die einen Hinweis auf ein zweites Stockwerk geben könnte. Dort aber wurde das Geschäft zwischen Prostituierten und Kunden vollzogen. Dass es ein zweites Stockwerk gab, daran ist nicht zu zweifeln. Die meisten Gebäude aus römischer Zeit waren zweistöckig, manche sogar dreistöckig. Das Fundament ist groß genug. Man konnte durchaus mehrere Stockwerke darauf errichten. Die Frauen lebten im Badehaus oder in der unmittelbaren Umgebung. Anders als in Pompeji sind in Ascalon die Zeugnisse der römischen Ära zu großen Teilen zerstört. Kriege erschütterten die Stadt. Plünderungen und Brände, vernichteten Gebäude und Kunstgegenstände. Das Grabungsteam muss eine 20 Meter dicke Schicht abtragen. Die Hinterlassenschaft von sechs Kulturen. Große Prachtbauten aus der Zeit der Römer lassen sich rekonstruieren. Anhand von Mauerresten und Vergleichen mit anderen römischen Städten. Das kleine, unbedeutende Badehaus aber bekam erst durch den grausigen Fund der Babys die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler. Es ist eine große Anzahl von Babys. Dieser Ort wurde möglicherweise über einen langen Zeitraum genutzt. Über 100 Jahre könnten es gewesen sein. In diesem Zeitraum kamen und gingen Prostituierte und brachten ziemlich viele uneheliche Kinder zur Welt. Die Frauen teilten das Geheimnis um ihre verschwundenen Babys. Jede von ihnen tat das Gleiche, wenn sie ein ungewolltes Kind zur Welt brachte. Sie trug es an den Ort, wo man die Leichen nie finden würde. Denn niemand durfte sie finden. Die Frauen waren Sklavinnen. Ihnen stand es nicht zu, ihre Kinder zu töten. Ihr Nachwuchs, ob männlich oder weiblich, gehörte ihrem Besitzer oder dem Zuhälter. Das war Gesetz. Männliche Babys fanden eine andere Verwendung im römischen Wirtschaftssystem. Für einen Zuhälter wäre es logischer, sie als Sklaven zu verkaufen. Auch wenn er sie nicht selbst großziehen wollte, andere würden es für ihn tun. Und mit dem Elend anderer Geld zu machen, das war das Gewerbe des Zuhälters. Warum also brachten die Frauen ihre Söhne in die Kanalisation? Ist die Prostitutionstheorie der falsche Weg? Der Abwasserkanal selbst könnte der Schlüssel sein, das Rätsel von Ascalon zu lösen. Warum wurden die Jungen gerade an diesen Ort gebracht? Das Ausgrabungsteam vermutet, dass die Kinder weggeworfen wurden, dass man sie in den Abwasserkanal legte. An einen unterirdischen, dunklen Ort, aus dem es keinen Ausweg gab. Niemand würde jemals diese Babys finden. Für mich aber liegt es nahe, dass die Kinder vielleicht schon tot waren. Vielleicht war es eine Stelle, an die man tote Kinder brachte, Babys, die während oder kurz nach der Geburt starben. Wir wissen, dass Säuglinge zu dieser Zeit nicht als vollständige Menschen galten. Sie konnten nicht auf einen Friedhof gebracht werden. Und irgendwo musste man sie ja lassen. Die Gänge des Abwasserkanals könnten nach der Theorie von Eleanor Scott ein geheimer Friedhof gewesen sein, auf dem Mütter ihre toten Kinder ließen, die sonst nirgendwo einen Platz hatten. Dann wären die Ascalon-Babys eines natürlichen Todes gestorben. Die Wissenschaftlerin Patricia Smith hegt starke Zweifel. In ihren Augen hält diese Theorie den klaren forensischen Beweisen nicht stand. Für sie ist das Alter der Kinder entscheidend. Unsere Theorie ist, dass nur Opfer von Kindstötungen dort beseitigt wurden. Und das Hauptargument ist, dass es nicht den geringsten Hinweis darauf gibt, dass manche Kinder älter waren. Nicht einmal eine Woche. Sie wurden direkt nach der Geburt in einen Abwasserkanal geworfen und so entsorgt. Das Fazit der Wissenschaftlerin. Die 100 Babys von Ascalon fielen der gängigen Praxis von Kindstötung zum Opfer. Die forensischen Beweise belegen das eindrucksvoll. Ob die Frauen tatsächlich als Prostituierte arbeiteten und bevorzugt ihre Söhne beseitigten, bleibt jedoch offen. Das Rätsel von Ascalon hält die Wissenschaftler weiter in Atem. Wenn wir mit dem Blick des Forschers auf den Abwasserkanal schauen, ergibt sich ein grausames Bild. Es zerstört alle Illusionen, die man sich vielleicht von jener Kultur gemacht hat. Doch die Beweise sind da. Und alle weisen in eine Richtung. Wir werden uns der Aufgabe stellen, sie zu erklären. Den Tod der Babys von Ascalon zu verstehen, auch das bleibt eine schwierige Aufgabe. Denn die Wertschätzung von Kindern hat sich tiefgreifend geändert. Wir können diese Menschen nicht nach unseren heutigen Maßstäben beurteilen. Wir müssen wertende Urteile über diese antiken Gesellschaften vermeiden. Wir können nicht davon ausgehen, dass sie sich wie wir verhielten. Wir müssen uns eher vor Augen führen, wie sehr sie sich von uns unterscheiden. Die Archäologen in Ascalon setzen alles daran, weitere Indizien zu finden. Schicht um Schicht legen sie die antike Stadt frei, sammeln winzige Puzzlestücke einer jahrtausendealten Geschichte, bringen versunkene Kulturen ans Tageslicht und lüften die Geheimnisse von Ascalon. Die Archäologen in Ascalon